Ich glaube, wir spielen ziemlich gut. Wir hatten einige Momente in der Defensive, die sehr gut waren. Auch im Offensiv-Games. Ich glaube, wir hatten ein gutes Kombination-Games. Natürlich gibt es natürlich viele Veränderungen, sowohl in der Defensive als auch in der Offensiv. Okay, ich glaube, es war ein wirklich guter Spiel von uns. Wir haben viele Spieler, die heute gut spielen. Wir spielen gut Defensive, Disziplin und Attack. Ich glaube, es war positiv für den ersten Spiel. Wir haben livre-Games. Hier haben wir viele beiden Betroffen, dafür sind wir das zweite đ rolleambineinig. Wir haben immer wieder, weil wir unsere次 ge血 근Coneioso Businessmen undạc. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.